So, es ist heute der 5. Oktober 15.40 Uhr und jetzt versuche ich mich einmal eine Melodie nachzuspülen und zwar die Mathilda. Schauen wir, ob mir das gelingen wird. Ich bin gerade auf Tonsuche. So, es ist heute der 3. Oktober 15.40 Uhr. So, es ist heute der 4. Oktober 15.40 Uhr. So, es ist heute der 5. Oktober 15.40 Uhr. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018